Bisher ein gutes Spiel, der DFB 11 geht jetzt weiter mit der zweiten Hälfte. Halstenberg am Ball, Werner. Und Vorland. Jetzt liegt es vor allem an den Kreativen, hier mal eine Idee zu entwickeln, sonst kommen sie gegen die Abwehr nicht durch. Schöner Pass. Und Vorland. Klostermann. Ball ist bei Süle. Halstenberg. Werner. Ball besitzt Müller. Ball läuft gut jetzt. Klasse Aktion, Ball ist weg. Ball gewinnen, gefährliche Position. Da gewinnt er den Zweikampf. Halstenberg. Ball bei Rüdiger. Emre Can. Der Rückpass jetzt zum Torhüter. Klostermann. Die kurzen Pässe jetzt, sehr ballsicher sind sie da. Sie haben natürlich auch die Führung im Rücken. Süle. Emre Can. Halstenberg. Wie findest du die Leistung von Thomas Müller bisher? Ja, kurz vor der Pause hat er sie in Führung gebracht. Das war natürlich extrem wichtig. Eine sehr gute Aktion von ihm. Pass von Reus, aber kommt nicht an. Schirmt den Ball gut ab. MacArthur. Scott McTominay. Ah, sie verlieren den Ball. Und jetzt Reus. Jetzt vielleicht die Flanke. Da passt er auf, Ball geklärt. Wieder der Ballverlust. So, rüber. Auf die andere Seite. Süle. Emre Can. Klostermann. Rüdiger. Süle. Werner. Emre Can. Klostermann. Ball läuft gut. Werner. Marcel Halstenberg. Gibt Ecke und die Chance, die Führung hier auszubauen. Da kommt die Ecke. Ganz unglückliche Nummer. Ein Eigentor. Eigentor. Das ist immer bitter. Auch mal eine neue Erfahrung für ihn. Das muss er und das wird er abhaken. Und draus lernen. Okay. Dieses Tor gucken wir uns gerne nochmal aus einer anderen Perspektive an. Hamilton. Und drüb. Und da ist es noch mal eine andere Gegend. Das ist gesp tax. Und er geht incur воды. Und er geht es für etwas zu werden. Sie wechseln aus. Hoffentlich sind sie jetzt nicht zu sehr geschockt vom Eigentor. Robertson. Den spielt er wieder zurück. Armball, Robertson. Ganz frei in der Mitte. Der geht an die Latte und zurück ins Feld. Werner. Halstenberg. Jetzt Gedeera. Gut den Ball verteidigt. Jetzt haben sie den Ball. Sühle. Pass auf außen. Halstenberg. Nein, ich glaube, den Ball holt sich der Keeper. So, und jetzt sind hier noch 30 Minuten zu absolvieren. Rüdiger. Klostermann. Sühle. Halstenberg. Jetzt vielleicht mal Druck von Deutschland. Draxler. Jetzt könnte er die Flanke in den Strafraum bringen. Der Ball kommt nicht durch. Abgeblockt. Ball ist jetzt wieder weg. Klasse Tackling hier. Klasse Aktion. MacArthur. Da kann er ihn stoppen. Klostermann. Ball ist bei Goretzka. Halstenberg. Rüdiger. Er holt den Ball hier. Ganz stark. Super Pass jetzt. Ja, könnte was werden. Hereingabe. Ja, Pass kommt nicht an. Klostermann. Ja, Pass kommt nicht an. Draxler. Da ist Sühle. Jetzt die deutsche Mannschaft. Oh, das könnte was werden. Da erobert er den Ball. Und da ist der Ball wieder weg. Jetzt geht Ira. Da haben wir Draxler. Goretzka. Nun Vorland. Immer wieder diese schnellen Pässe. Sie arbeiten sich so langsam in Richtung Torchance vor. Rüdiger. Rüdiger. Halstenberg. Kedira am Ball. Und jetzt Vorland. Und nun Kedira. Goretzka. Und nun Kedira. Ball ist bei Goretzka. Klostermann. Kevin Vorland. Die DFB-11 greift hier an. Ballverlust Draxler. Super dazwischen gegangen. Kedira am Ball. Ja, der Ball läuft perfekt. Kurze, schnelle Anspiele. Immer wieder. Sehr souverän. Sühle. Klostermann. Das deutsche Team verliert den Ball. 20 Minuten haben wir noch auf der Uhr. Mal sehen, was sich noch tut. Da ist der Ball weg. Ballbesitz bei Ter Stegen. Rüdiger. Das ist Rüdiger. Halstenberg. Jetzt Kedira. Klostermann. Reus jetzt. Und nun Kedira. Werner jetzt. Halstenberg. Nun Kedira. Goretzka. Das war eine gute Chance. Aber der Ball wird abgeblockt. MacArthur. Jetzt könnte es gefährlich werden. Voller Einsatz. Schuss geblockt. Vielleicht ist diese Ecke die Chance noch mal zu verkürzen. Die Fans geben alles. Ecke in die Mitte. Guter Einsatz. Ball ist erst mal wieder weg. Schöne Aktion. Pass wird abgefangen von Goretzka. Nun Vorland. Goretzka. Rückspiel jetzt in Richtung Torhüter. Sühle. Rüdiger. Jetzt vielleicht der Vorstoß auf Außen. Guretzka. Draxler. Jetzt Kedira. Das ist natürlich hervorragend, wie da der Ball läuft. Ja, sie spielen sehr präzise und das hier auch nicht zum ersten Mal. Und Deutschland bekommt hier den Freistoß. Ball kommt an die langen Pfosten. Nee, das wird nix. Ball im Haus. Die Schlussphase der Partie bricht an und die Fans geben noch mal Vollgas. Und dann wollen wir doch mal sehen, ob sich das auf die Mannschaft überträgt. Wenn wir doch mal gemeinsam tun. food doch Госgression. blänen lachen. Pfosten, dass sich das auf die Mannschaft überträgt. shoes du houst! коhKennung! Roles, da nimmt er ihm den Ball ab, sehr gutes Tackling, Draxler, Ball ist bei Süle, jetzt Vorland, Draxler weiter am Ball, jetzt haben sie den Ball wieder, Abwehr hat aufgepasst, Ballbesitz bei Ter Stegen, Khedira, Ball ist bei Süle, so, sie verteidigen hier ihren Ballbesitz und sie verteidigen dieses Ergebnis, wer will es ihnen verdenken, das ist nicht schön, aber es ist zweckmäßig, nun Vorland, Khedira am Ball, da haben wir Draxler, vielleicht geht jetzt was für Deutschland, harter Schuss, aber Ball geht neben das Tor, knappe Angelegenheit, also da hat wirklich nicht viel gefehlt. Das wäre es natürlich gewesen, da fasst er sich in Herz, zieht ab und beinahe ist er damit auch noch erfolgreich. Eine richtig knappe Kiste. Julian Draxler, da hat er sich vielleicht doch etwas zu viel vorgenommen, die Entfernung war zu groß, auf außen ist Platz, bringt den Ball jetzt in die Mitte, Klostermann, die spielen den Ball zurück zum Keeper, Süle, und jetzt Khedira, Goretzka, guter Pass, da spielt er den Ball Richtung Außenlinie, und da gibt es jetzt den Einwurf. Jetzt könnte er die Flanke in den Strafraum bringen. Kein Eckball hier, sondern Einwurf, richtig entschieden, auch wenn es knapp war. Lukas Klostermann, Reus, in der Mitte ist Werner, ja, Sie können erst mal klären. Klostermann jetzt, und Reus, kurze Hereingabe, da ist die Szene vorbei. Callum Patterson. Die Deutschen jetzt wieder am Ball. Das ist Ter Stegen. Rückpass jetzt in Richtung Keeper. Marco Reus jetzt über die Außenbahn. Klostermann. Halstenberg. Am Ball, Vorland. Ja, das ist ein guter Pass. Der Torwart ist da, hechtet zum Ball und bereinigt die Situation. Das macht er hervorragend, das zeichnet einen Klasse-Keeper aus, ein echter Rückgang. Reus mit der Ecke. Okay, sah nach einem sicheren Tor aus, aber nicht drin. Nee, der Kopfball geht knapp neben das Tor. Ja, das war Pech. Vorland. 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 Der Rückpass jetzt zum Torhüter. Süle. Süle. Die Fans sind sauer. Die brauchen Ballbesitz und schaffen es nicht. Es gibt drei Minuten obendrauf, wurde gerade angezeigt. Reus. Klostermann. Ball ist bei Goretzka. Klostermann. Süle. Nukedira. Klostermann. Süle. Nukedira. Klostermann. Klostermann. Da ist Reus. Süle. Ball bei Rüdiger. Klostermann. Und jetzt Klostermann. 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 Wie die Mannschaft wirklich ist. Gar nicht so leicht so ein Ergebnis über die Runden zu kommen. Klostermann. Untertitelung des ZDF, 2020